Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem Aktionär-TV-Interview. Heute an meiner Seite Thorsten Küffner. Hallo. Wir schauen auf die Ölpreise und Gaspreise. Wir starten hier mit dem Ölpreis der Sorte Brent. Wir haben in der letzten Woche ja schon anziehende Kurse gesehen, auch zu Beginn der Woche sieht es wieder weiterhin positiv aus. Was beflügelt denn hier oder was sorgt für die Zugewinner? Ja, es sind vor allem in den USA die Lagerdaten gewesen. Die gehen da weiter rückläufig. Also es zeigt sich einfach, dass die Nachfrage nach Öl weiterhin hoch bleibt, weltweit und eben auch in den USA. Ja, hinzu kommt eben auch, in den USA hatten wir es ja gerade so Anfang des Jahres, diese Kältewelle, die wirklich dazu eben auch geführt hat, dass die Lagerbestände schon mal deutliche Rücksätze erfahren haben. Ja, und jetzt auch in Europa haben wir jetzt eine Kältewelle. Das führt eben dazu, dass eben die Ölpreise und auch die Gaspreise jetzt eben etwas anziehen und das stützt den Ölpreis natürlich auch. Zudem haben wir in allen halt einen schwachen Dollar und ja, wie gesagt, das Gesamtumfeld passt einfach für den Ölpreis. Also es kann gut sein, dass wir jetzt einfach so ein bisschen Richtung 70 Dollar laufen. Ich glaube nicht, dass wir durchziehen. Wie gesagt, es wird immer hier auch wieder Korrekturen geben, aber an sich, ich glaube, zwischen 60 und 70 Dollar, wenn wir pendeln, ist das für den Großteil der Unternehmen, die wir jetzt eigentlich so auf der Empfehlungsliste haben, allesamt sehr gut. Du hast die Kältewelle schon angesprochen. Davon profitiert jetzt nicht nur der Ölpreis an sich oder der Gaspreis, sondern natürlich auch die Unternehmen, wie zum Beispiel Gasprom nehme ich mal an. Ja, ganz stark. Also, ich glaube, Anfang Februar lag ja beim Verteilerpunkt in Baumgarten in Österreich der Gaspreis für 1000 Kubikmeter bei 187 Euro. Jetzt sind wir schon bei 290 Euro, also Steigerung von 55 Prozent. Wird auch wahrscheinlich relativ rasch wieder nach unten gehen, wenn eben dieser Kälteschub vorbei ist, aber der soll ja bis in den März hinein reinreichen. Und ja, wie gesagt, das ist einfach nur ein weiterer Punkt, der aktuell Gasprompt voll in die Karten spielt. Wir haben es ja schon mehrfach darüber gehabt. Man wächst weiter, gerade in neuen Märkten, wie in Asien und so weiter. Die Aussichten bleiben gut. Die Aktie ist günstig bewertet. Absolut kein Wettbewerb im weißen Papier, aber wie gesagt, wer Mut hat, der kann sich Gasprompt gerade jetzt wirklich ins Depot legen. Wir sind ja auch fast hier oder auf Jahreshochniveau oder 52 Wochen hoch. Wie gesagt, es würde jetzt sicherlich mal eine Korrektur geben. Klar, man kann etwas abwarten, wenn wir ein bisschen zurückkommen, aber an sich, ich glaube, auf Sicht der nächsten Monate wird es bei Gasprompt relativ gut aussehen. Okay, dann schauen wir gleich auf BASF. Ich habe einen Online-Artikel von dir gelesen. Es gibt aktuell keine einzige Verkauf-Empfehlung mehr für BASF. Das ist auch etwas Besonderes, oder? Ja, durchaus. Es gibt es eigentlich selten neue Experten. Es gibt ja immer Experten, die doch eine Ansicht haben, dass man sagt, ja, ich habe hier und da befürchten Sie Risiken, dass jetzt wirklich keiner mehr, nachdem, ich glaube, ein JP Morgan-Analyst war das, der als Letzter sie noch als Verkauf eingestuft hatte, auch eher jetzt auf neutral gestuft. Und ja, das sieht schon verwunderlich aus wirklich, wenn man sieht, okay, nur Kauf- oder Halteempfehlungen. Ja, aber letztlich, wir sind auch sehr positiv gestimmt für die Aktie. Morgen gibt es übrigens die detaillierten Jahreszahlen. Man hat ja schon vorab gute Zahlen bekannt gegeben. Das hat hier für diesen Kurssprung gesorgt. Danach wurde er sofort abgekauft. Dann kam eben dann die Welle mit den zwei Flash-Crashs in den USA. Und ja, ich glaube, jetzt durchaus stehen die Chancen gut, dass wir jetzt vielleicht zumindest einen Teil dieser Kursverluste jetzt auf jeden Fall wegmachen werden. Und ja, mittel- bis langfristig sind wir ohnehin zuversichtlich gestimmt. Ich meine, BASF ist hervorragend aufgestellt. In vielen attraktiven Märkten der Welt aktiv. Bilanz ist gut, Management ist stark. Also ich glaube auch von der Bewertung her ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wir bleiben dabei. Wir glauben schon, dass wir in diesem Jahr vielleicht doch nochmal die dreistelligen Kursmarken erreichen werden. Also viele Gründe, die hierfür in Zukunft sprechen bei BASF. Einen letzten Wert haben wir noch dabei für heute. BP, die haben jetzt ja den World Energy Outlook veröffentlicht. Was ist denn genau und was steht drin? Ja, letztlich einfach, da blickt man voraus, 20, 30 Jahre, wie wird sich die Welt verändern? Wie entwickelt sich die Nachfrage nach Öl, Gas und diversen anderen erneuerbaren Energien? Ja, und festzuhalten bleibt einfach, es wird noch lange Öl gebraucht. Es ist klar, der Kuchen, das Stück vom Kuchen, das quasi Öl und Gas ausmachen am globalen Energiemix, das wird über die Jahre etwas schrumpfen, da eben jetzt massiv in erneuerbare Energien investiert wird. Aber der Kuchen an sich wächst immer weiter. Ich meine, wir haben ja, wie gesagt, allein durch die zunehmende Bevölkerung, gerade in Asien, durch die, durch den steigenden Wohlstand und so weiter, wird es dazu führen, dass die, die Nachfrage nach Energie immer größer wird. Und wie gesagt, das kann alles definitiv nicht nur über erneuerbare Energien geschlossen werden. Leider ist aber so und letztlich bleibt es dabei, wir werden über Jahrzehnte noch Öl und Gas brauchen und das sind gute Voraussetzungen für BP, Shell, Total und wie sie alle heißen. Und ich glaube auch, dass man gerade bei BP auf dem aktuellen Niveau wirklich eine der günstigsten Aktien und den Energie-Blutschips auf jeden Fall zugreifen kann. Ich glaube, auf Sicht der nächsten drei bis fünf Jahre kann man hier noch viel Freude haben. Also gute Einstiegsgelegenheit auch hier bei BP momentan. Dankeschön für deine Einschätzung, Thorsten. Danke auch Ihnen. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen.